Das ist das meiste 2010 bei einem Liga im Norden. Erste Kreisliga. Ne. Das ist fair. Wir werden ja mal alleine gewinnen. Der FC Stöckach. Ja. Milt, Rüdinger. Wie noch? Milt, Rüdinger und Lotte. Und wie heißt der Verte? Lotte. Ach, der Herr Lotte. Der Sohn vom Edu. Edeals. Der Sohn kommt weg. Und wie heißt er? Und wie heißt er? Und wie heißt ein Rüdinger? Der Sohn warst Du. Der Sohn warst Du. Ich bin dran, wenn er bei mir warst. Von der Sitzung. Von der Sitzung. Von der Sitzung.